Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimme Aktuell. Die Audi-Tochter Audi Sport mit Sitz in Neckarsulm will ihre Modellpalette künftig deutlich ausbauen. Die RS-Familie werde weiter wachsen und vor allem im SUV-Segment gebe es noch viel Potenzial, sagte Audis Vertriebs- und Marketingvorstand Dietmar Foggenreiter im Gespräch mit der Heilbronner Stimme. Gerüchte, wonach der Audi R8 nach der aktuellen Generation keinen Nachfolger mehr bekommt, wies der Top-Manager zurück. Das komplette Interview lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Tageszeitung. Fliegende Kontrabässe, die Star Wars Titelmelodie und eine Triangel als Erbse. Käse Kombinationen bietet dieser Tage in sechs Veranstaltungen das Württembergische Kammerorchester in der Heilbronner Kreissparkasse. Auf spielerische Art und Weise bringt es insgesamt rund 2700 Grundschülern aus Stadt- und Landkreis Heilbronn klassische Musik näher. Aufgeführt wird das Stück »Die Prinzessin auf der Erbse« von Andreas Teigmann nach einem Märchen von Hans Christian Andersen. Bereits die Premiere wurde von dem motivierten Publikum lauthals bejubelt. Am Vorabend des Frauentags machte der 87-jährige CDU-Politiker Heiner Geisler bei einem Vortrag in der Heilbronner Volkshochschule die großen Weltreligionen mitverantwortlich für die Diskriminierung vieler Frauen. Unter dem Motto »Was müsste Luther heute sagen« watschte Geisler aber nicht nur die katholische Kirche ab, sondern nebenbei auch Trump, Brexit, AfD und andere Spalter. Vor allem aber würdigte der katholisch sozialisierte Schwabe die Leistungen Luthers als Befreier von moralischen, politischen und wirtschaftlichen Zwängen und damit als Wegbereiter für das christliche Menschenbild und moderne Demokratien. Domenico Tedesco macht es wie Julian Nagelsmann. Der 31-Jährige ist zum Cheftrainer des Zweitligatabellenletzten Erzgebirge Aue befördert worden. Bisher arbeitete Tedesco mit der U19 der TSG Hoffenheim. Seine Ausbildung zum Fußballlehrer schloss er im vergangenen Jahr als Jahrgangsbester mit der Note 1,0 ab, noch vor Nagelsmann. Mehr als 150 Aufführungen seines Debuts leben mit dem Isar-Preis vor fast durchweg ausverkauften Häusern sowie mehr als 45 Millionen Klicks auf seine Clips in sozialen Medien machten Markus Stoll alias Harry G. zu einem der erfolgreichsten Senkrechtstarter im Bereich Kabarett und Comedy. Nun stellt er am Donnerstag um 20 Uhr in der Heilbronner Harmonie mit Harry Diere sein neues Programm vor. Auch hier seziert der bayerische Kultgrantler in bewährter Manier die Eigenheiten seines Umfeldes und dessen Lebewesen. Soweit Stimme aktuell für heute. Die neuesten Nachrichten gibt es morgen wieder ab 16 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017